Letzte Stunde. Brisanter Skandal erschüttert Europa. Ursula von der Leyen im Fadenkreuz der Justiz. Aber abonnieren Sie zuerst unseren Kanal. Heute bringen wir Ihnen atemberaubende Neuigkeiten, die die Grundfesten der Europäischen Union erschüttern. Ursula von der Leyen, die derzeitige Präsidentin der Europäischen Kommission, steht im Auge des Sturms. Lassen Sie uns gemeinsam verstehen, was passiert. Kürzlich deckte eine brisante Meldung einen milliardenschweren Korruptionsskandal auf. Ja, das haben Sie richtig gehört. Milliarden. Ursula von der Leyen wird vorgeworfen, im Mittelpunkt dieses gigantischen Plans zu stehen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und das Europäische Parlament steht unter Handlungsdruck. Fassen wir die Hauptpunkte dieses Skandals zusammen, der Europa erschüttert. Alles begann mit einer Blitzmeldung, die neue Vorwürfe gegen von der Leyen ans Licht brachte. Dieser Bericht legt nahe, dass sie möglicherweise in einen Betrug epischen Ausmaßes verwickelt ist. Die Reaktion erfolgte schnell. Die belgische Staatsanwaltschaft hat bereits Ermittlungen zur Feststellung dieses Sachverhalts eingeleitet. Aber es wurde kompliziert. Ein belgisches Gericht beschloss, die Ermittlungen vorübergehend bis Dezember auszusetzen. Der Grund? Die Europawahlen stehen vor der Tür und von der Lions-Wiederwahl als Präsidentin der Europäischen Kommission steht auf dem Spiel. Diese Suspendierung gab ihr mehr Zeit, sich auf ihren Wahlkampf zu konzentrieren. Aber viele glauben, dass die Bürger das Recht haben, die Wahrheit jetzt und nicht nach der Wahl zu erfahren. Einer der umstrittensten Punkte betrifft einen verdächtigen Vertrag mit dem Pharma-Riesen-Pfizer. Während der Pandemie verhandelte die EU über den Kauf von Impfstoffen im Wert von 35 Milliarden Euro. So weit, so gut. Schließlich befanden wir uns mitten in einer globalen Gesundheitskrise. Aber die Umstände dieser Verhandlungen waren gelinde gesagt seltsam. Teile des Vertrags wurden per SMS besprochen und die Veröffentlichung dieser Nachrichten wurde von der Lions bis heute abgelehnt. Das sorgte für Aufsehen bei vielen und löste eine Welle des Misstrauens aus. Es sei daran erinnert, dass dies nicht der erste Skandal von der Lions ist. Schon ihre Vergangenheit als Bundesministerin in Deutschland war von Einkaufsproblemen und dubiosen Beratungsfällen geprägt. Es scheint, dass ihre Fähigkeit, das Geld der Steuerzahler auszugeben, sie immer wieder in schwierige Situationen bringt. Das Europäische Parlament, das die Interessen der Bürger vertreten soll, steht unter Handlungsdruck. Viele Parlamentarier fordern eine sofortige Wiederaufnahme der strafrechtlichen Ermittlungen. Es wird eine Resolution vorgeschlagen, um Transparenz und Rechenschaftspflicht sicherzustellen. Schließlich sind fünf Jahre Ermittlungen ohne Abschluss mehr als genug. Und hier kommen sie ins Spiel, Bürger. Ja, sie haben die Macht, etwas zu bewirken. Schreiben sie E-Mails, Briefe und kommentieren sie die sozialen Netzwerke der Abgeordneten. Bitten sie sie, diese Transparenzresolution zu unterstützen. Wir können nicht zulassen, dass Ursula von der Laien wiedergewählt wird, ohne dass all diese Vorwürfe geklärt sind. Wir befinden uns in einem kritischen Moment. Die EU muss sich transparent und verantwortungsbewusst zeigen. Ursula von der Laien muss für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden. Wir können nicht akzeptieren, dass ein Korruptionsplan dieser Größenordnung unter den Teppich gekehrt wird. Der Kampf für eine gerechtere und transparentere Regierung beginnt jetzt. Die Führer der wichtigsten europäischen Parteien sind gespalten. Einige unterstützen von der Laien immer noch für eine zweite Amtszeit, während andere ihre Führungsqualitäten ernsthaft in Frage stellen. Die Frage, die sich jeder stellt, ist, ist das wirklich im Interesse der EU-Bürger? Oder behalten wir nur eine Führungsrolle bei, die gefährdet ist? Um die Sache ins rechte Licht zu rücken, denken Sie einmal darüber nach. Eine 70-jährige Frau in Deutschland wurde verhaftet, weil sie 70 Euro gestohlen hatte. Mittlerweile haben wir es mit einem milliardenschweren Skandal zu tun, der scheinbar mit Samthandschuhen angefasst wird. Wo bleibt hier die Gerechtigkeit? Wir brauchen Antworten, und wir brauchen sie jetzt. Die Empörung wächst. Menschen mobilisieren, tauschen Informationen aus und fordern Veränderungen. In den sozialen Medien wird über die Zukunft der EU und die Notwendigkeit einer transparenten Führung debattiert. Es ist an der Zeit zu zeigen, dass wir Korruption und Bevorzugung nicht akzeptieren. Es wird eine Petition gestartet, die Transparenz und Rechenschaftslicht im Europäischen Parlament fordert. Wenn Sie der Meinung sind, dass von der Laien zur Verantwortung gezogen werden sollte, unterzeichnen Sie die Petition. Es ist eine wirkungsvolle Möglichkeit zu zeigen, dass wir aufmerksam sind und Veränderungen fordern. Die Medien spielen in dieser Geschichte eine entscheidende Rolle. Wir brauchen investigative Journalisten, die diese Themen weiterhin ans Licht bringen. Wir brauchen ständige Berichterstattung, um sicherzustellen, dass diese Geschichte nicht aus den Nachrichten verschwindet. Abschließend appelliere ich direkt an Ursula von der Laien. Übernehmen Sie die Verantwortung für die Folgen Ihres Handelns und treten Sie für eine zweite Amtszeit zurück. Wenn Sie als Bürger Korruption und Bevorzugung satt haben, unterstützen Sie diese Sache. Schreiben Sie an Ihre Vertreter, tauschen Sie Informationen aus, schließen Sie sich der Petition an. Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment für Europa. Der Kampf für Transparenz und Gerechtigkeit liegt in den Händen eines jeden von uns. Lassen Sie uns unserer Stimme Gehör verschaffen und dafür sorgen, dass die Europäische Union ein Vorbild für Verantwortung und Integrität wird. Der Milliardenskandal ist nicht zu übersehen. Die Ermittlungen müssen fortgesetzt und Antworten müssen gegeben werden. Wir können nicht akzeptieren, dass politische Führer ihre Positionen nutzen, um rechtlichen Konsequenzen zu entgehen, während normale Bürger für geringfügige Verstöße hart bestraft werden. Das Europäische Parlament hat die Verantwortung, die Interessen der Bürger zu vertreten. Sie müssen auf eine sofortige Wiederaufnahme der strafrechtlichen Ermittlungen und die Aufklärung sämtlicher Sachverhalte drängen. Die Resolution, die Transparenz und Rechenschaftspflicht fordert, muss unterstützt und angenommen werden. Als Bürger spielen Sie in diesem Prozess eine entscheidende Rolle. Ihre Stimme zählt. Schreiben Sie an Ihre Vertreter. Beteiligen Sie sich an der Transparenzpetition. Tauschen Sie Informationen aus und bleiben Sie informiert. Nur mit der aktiven Beteiligung aller können wir sicherstellen, dass die Europäische Union zu einem Vorbild für Gerechtigkeit und Integrität wird. Ursula von der Leyen muss die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen und gegebenenfalls aus ihrer zweiten Amtszeit zurücktreten. Der Kampf gegen Korruption und Günstlingswirtschaft gehört uns allen an. Gemeinsam können wir etwas bewirken und eine bessere Zukunft für Europa aufbauen. Seien wir weiterhin wachsam, fordern wir Transparenz und Gerechtigkeit und stellen wir sicher, dass unsere Stimmen gehört werden. Dies ist der Weg zu einer stärkeren, gerechteren und demokratischeren Europäischen Union. Bis zum nächsten Update und denken Sie daran. Veränderung beginnt bei jedem von uns. Bleiben Sie wachsam, beteiligen Sie sich weiterhin und geben Sie niemals auf, für das Richtige zu kämpfen. Die Europäische Union braucht engagierte und informierte Bürger. Gehen wir gemeinsam den Weg in eine transparentere und gerechtere Zukunft.